Und damit herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ja, ich bin wieder da. Den einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass es seit vielleicht einer Woche nun kein aktuelles neues Video gab. Der Grund dafür war einfach ein Trauerfall bei uns im Team, weswegen wir allgemein jetzt erstmal keine Videos neu aufgenommen haben. Dadurch sind wir ein bisschen in Stocken geraten. Naja, gut, aber die Show muss weitergehen. Oder ja, möchte weitergehen. Auf meinem Kanal geht es ab dem 6. Mai wie gewohnt weiter mit Seven, Conan, Ark Operation und ja, da ja Elex nun mittlerweile fertig ist, mit mehr oder weniger Leiter, habe ich jetzt ja Platz wieder für ein neues Projekt. Dafür habe ich eine kleine Umfrage, die ich hier schon mal offen habe, für euch vorbereitet. Ja, ich hoffe einfach, dass ich hier ein paar Antworten von euch bekomme, was ihr denn als nächstes gerne sehen wollen, tun, tätet. Oder ihr könnt mir auch ganz einfach unten was vorschlagen für Spiele, die ich vielleicht gerade nicht auf dem Schirm habe. Das ist ja doch einiges, was aktuell mal wieder rausgekommen ist oder auch, ja, alte Spiele, was ihr gerne sehen wollt. Ich bin dafür alles offen. Ich freue mich auf eine rege Umfrage, Teilnahme von euch oder so ähnlich und bis dahin, macht's gut, euer Jack.